Hey Leute, ich bin's wieder, Joshua. Es ist mal wieder Montag und das Thema heißt Verwandtschaft, die weiter weg wohnt. Ich habe gar nicht so viel Verwandtschaft, die weit weg wohnt. Mein Bruder wohnt jetzt circa seit zwei Jahren in Kiel. Meine Großeltern eine Stunde circa von mir entfernt und meine Cousine, mein Cousin, mein Onkel, meine Tante wohnen Nähe Bremen, das heißt vier, fünf Stunden weg. Ja, das, wie habe ich mich da geoutet? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Also bei meinem Bruder, da hat es meine Mutter so ein bisschen übernommen, hat sich irgendwann mal versprochen am Telefon und hat es ihm dann gleich gesagt, wo er dann hier war, mal zu Besuch, habe ich es ihm nochmal persönlich gesagt, habe ich gesagt, ja, ich weiß schon, dass du es weißt, aber ich will es trotzdem nochmal persönlich sagen, weil ich das einfach besser finde. So habe ich es auch bei meinen Großeltern gemacht, weil sich meine Mutti da auch verplappert hat ein bisschen und ja, dadurch war das eigentlich recht einfach bei den beiden, also bei den beiden Partien, sage ich mal. Ja, meine Tante und mein Onkel, meine Cousine, mein Cousin, da war das schon wieder was anderes. Da hat meine Oma ein bisschen schon mal vorgefühlt, sage ich mal. Die hat das schon mal gesagt, damit die das den Kindern ein bisschen beibringen können, weil die sind, ich glaube, jetzt sechs und neun, also noch nicht so alt, dass sie das vielleicht so super toll verstehen. Deshalb haben sie da halt schon mal mit den Kindern gesprochen, bevor ich denen das gesagt habe. Ich habe denen das, glaube ich, auch gar nicht direkt gesagt. Ich saß am Tisch, meine Oma so, ja, willst du es denn jetzt mal sagen? Und ich so, ähm, nein, denn ich esse jetzt gerade und ich hasse es, wenn ich beim Essen gestört werde. Ich will jetzt keine große Rede halten. Ich möchte was essen. Und ja, so habe ich das, glaube ich, nicht gesagt, aber die Kinder haben trotzdem versucht, mich Yoshi zu nennen oder Joshua, wie auch immer. Klappte auch ganz gut. Klar, sie fielen immer wieder zurück in den alten Namen, aber das kann ich auch verstehen. Erstens, das sind Kinder und zweitens, vom einen auf den anderen Tag einfach einen anderen Namen zu nehmen, ist nicht gerade einfach. Das war's jetzt schon mit dem Video. Ich habe nicht mehr zu sagen. Zu dem Thema kann ich auch nicht viel sagen, da meine Verwandtschaft, die jetzt weiter weg wohnt, ähm, ja, das relativ gefasst genommen haben und da jetzt auch keine großen Storys entstanden sind, was so passiert ist. Also es war ein ganz normales Outing. Ähm, ja, trotzdem hoffe ich, dass euch natürlich das Video gefallen hat. Guckt wieder bei den anderen Jungs vorbei. Schaut mein altes Video oder nicht, ist eure Sache. Und, ähm, ja, haut herein. Danke, dass ihr zugeschaut habt und ciao!